Herzlich willkommen bei Nextmove zu den Next News. Wir haben heute diese Themen für euch. Zulassungszahlen. Neuer Ladepartner für den ADAC gesucht und gefunden. Laden wird günstiger, gemeinsam was bewegen. 100% Strafzoll für chinesische E-Autos. Kia EV6 Facelift. Neue Peugeot-Garantie. Tesla-Standard verliert vor Gericht. ADAC-Pannenstatistik, R-Königsschau und erste Ergebnisse unserer großen Umfrage. Heute übrigens eine besondere Sendung. Das hier ist das 600. Video auf dem Kanal. In 6 Jahren YouTube haben wir über 40 Millionen Aufrufe erreicht. Vielen Dank für so viel Zuspruch. Und wenn du noch kein Abo hast, dann wäre jetzt der passende Zeitpunkt den Abo-Button zu drücken. YouTube heißt für mich fast die Hälfte meiner Arbeitszeit. Aber es macht natürlich auch Spaß, weil ich sehe, welche Schlagkraft der Kanal inzwischen hat, wenn es darum geht, Dinge zu bewegen. Ich bin immer wieder überrascht, wer hier alles zuschaut. Film ab. Zulassungszahlen. Mit ca. 243.000 neu zugelassenen Pkw lag der deutsche Gesamtmarkt im April mit einem Plus von 20% deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Bei Elektroautos waren es mit knapp 30.000 Fahrzeugen in etwa genauso viele wie im April 2023. Mit einem Marktanteil von 12% liegt der Elektroantrieb damit zwar weiter auf dem Niveau der Vormonate, aber eben auch weiterhin unter den 18% von elektrischen Neuzulassungen des Jahres 2023. Die Zahlen der ersten vier Monate zeigen, dass die Elektromobilität in Deutschland aktuell eine Durststrecke durchmacht, aber immerhin noch konstante Zahlen ausweisen kann. Der Wegfall des Umweltbonus kann als Ursache eigentlich nicht mehr ans Feld geführt werden, da das allgemeine Preisniveau bei vielen Herstellern sogar unterhalb dessen liegt, was man als Kunde letztes Jahr nach Abzug der Förderung gezahlt hat. Auch das aktuelle Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland zeigt anhaltenden Optimismus bei Konsumenten. Der Index sei zum vierten Mal in Folge gestiegen, auf den höchsten Stand seit Ende 2021. Viele Verbraucher zeigen sich aber in ihrer Planungssicherheit eingeschränkt und setzen daher weiterhin auf finanzielles Sparen. Schauen wir auf die Modellpalette im April. Die deutsche Dominanz in den Top 20 setzt sich fort. Im April schafften es sogar vier MEB-Modelle des Volkswagen-Konzerns an die deutsche Spitze. Insgesamt besetzen je Autos von Audi, Mercedes, BMW und VW inklusive Skoda und Cupra zwölf der ersten 20 Plätze. Das Tesla Model Y liegt nur noch auf Platz 6, bleibt aber im Jahresverlauf gesehen weiter deutlich an der Spitze in Deutschland. Aber es ist der schwächste Monat für das Modell seit Juli 2022, als die Gigafactory Berlin langsam hochgefahren wurde. Das Model 3 kam übrigens nur auf Platz 21 und ist damit nicht im Top-Ranking. Im Gesamtjahr liegt das Model 3 derzeit auf Platz 15. Das Facelift Highland kann nicht an den Markterfolg seines Vorgängers anknüpfen. 2023 reichte es noch für Platz 8. Im April gut mit dabei, der Volvo EX30 auf Platz 7. Auffällig, der Stellantis-Konzern mit seinen vielen Marken spielt derzeit keine Rolle in Deutschland. Der Fiat 500 ist das einzige Konzernmodell in den Top 20 auf Platz 18. Von Opel, Peugeot, Citroën keine Spur. Auch Renault und Dacia sind nicht in den Top 20 mit dabei. Auch Kia fehlt. Neuer Ladepartner für den ADAC gesucht und gefunden. Am Freitag vor zwei Wochen hatten wir hier in den Next News über einen möglichen neuen Partner für das Ladeangebot für ADAC-Mitglieder spekuliert und uns relativ deutlich auf Aralpals festgelegt. Und natürlich auch begründet, warum es aus unserer Sicht genau so kommt und nicht anders. Meistens liegen wir ja recht gut mit unseren Prognosen hier auf dem Kanal. Auch dieses Mal mussten wir nicht lange warten. Schon am Sonntag wurde die neue Partnerschaft offiziell verkündet. Der ADAC schrieb seinen Mitgliedern, also vermutlich den mit E-Auto, es freut uns daher sehr, Ihnen heute schon bekannt geben zu können, dass wir ab dem 1.8. mit Aralpals als neuem Kooperationspartner zum ADAC e-Charge-Tarif zusammenarbeiten werden. In Aussicht gestellt werden Laden zum ADAC-Vorteilstarif an allen Aralpals-Ladesäulen in Deutschland. Auch weiterhin bieten wir Ihnen an fremden Ladesäulen einen Einheitstarif, natürlich ebenfalls mit ADAC-Preisvorteil. Und weiter? Außerdem laden Sie zum ADAC-Vorteilstarif an BP-Pals-Ladesäulen außerhalb Deutschlands und haben Zugriff auf tausende Ladepunkte von Fremdanbietern im europäischen Ausland. Als Starttermin wird der 1. August genannt. Laden wird günstiger, gemeinsam was bewegen. Auch das war Thema der letzten Sendung. Wir hatten sehr anschaulich über die vermutlich unzulässige preisliche Differenzierung zwischen Endkunden und konkurrierenden Fahrstromanbietern an Ladestationen berichtet. Über den schlichten Download einer App und die Hinterlegung einer Zahlungsmethode lassen sich je nach Anbieter fast 30 Cent pro Kilowattstunde sparen, jedoch ohne dass Wettbewerber für ihre eigenen Fahrstromangebote auf diese vergünstigten Preise zugreifen können. Die Folgen sind ein künstlich erhöhtes allgemeines Preisniveau im Markt und die Behinderung des Wettbewerbs. Verbunden war unser Bericht mit einem offenen Aufruf an alle Entscheider, sich des Themas anzunehmen und die Rechtmäßigkeit dieser Preisgestaltung zu überprüfen. Unserem Aufruf folgte mindestens auch ein aktueller Europaabgeordneter. Daniel Freund ist nicht nur Mitglied des EU-Parlaments, sondern auch Stammzuschauer unserer Sendung und teilt unsere Einschätzungen. Und er hat deshalb einen Brief geschrieben und zwar an die Wettbewerbskommissarin und die Verkehrskommissarin der EU. Im Schreiben schildert er die aktuelle Marktlage für öffentliches Laden in Deutschland und beendet sein Schreiben mit den Worten, könnte die Kommission umgehend diese Preisgestaltung anhand der Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe und des EU-Wettbewerbsrechts prüfen und einen fairen Wettbewerb wiederherstellen, soweit es die EU-Gesetze ermöglichen. Wer den gesamten Brief lesen möchte, findet den Wortlaut im Blogbeitrag zum Download auf unserer Homepage. Wir sind gespannt, ob und wie schnell Bewegung in die Sache kommt. Auch der Markt selbst bleibt in Bewegung. Preislich geht es in die richtige Richtung, also nach unten. Zum Monatswechsel gab es eine Preisänderung für Renault-Kunden im Mobilized Charge Pass. Die Grundgebühr für den Ionity-Sondertarif halbierte sich auf monatlich 4,99 Euro, bei dann 39 Cent pro Kilowattstunde für das Laden bei Ionity. Wenn man solche Tarife jetzt offen für alle buchen könnte, dann gäbe es, glaube ich, keinen Grund zur Klage mehr. Offen heißt natürlich doppelt offen, also offen für alle Kunden und dann natürlich auch für die Ladestation aller Anbieter zu diesen Konditionen. 100% Strafzoll für chinesische E-Autos. Die USA werfen China vor, einheimische Unternehmen zu stark zu subventionieren und damit die wirtschaftliche Entwicklung in den USA auszubremsen. Deshalb werden die Einfuhrzölle auf ausgewählte chinesische Produkte in strategisch wichtigen Bereichen drastisch erhöht. Bei Batteriespeichern von 7,5 auf 25%, bei Solarzellen und Halbleitern von 25 auf 50% und bei Elektroautos von 25 auf satte 100%. Tesla-Chef Elon Musk sagte Anfang des Jahres, wenn es keine Handelsschranken gibt, werden die Chinesen die meisten anderen Autofirmen in der Welt so ziemlich zerstören. Stellantis-Chef Tavares sprach von einem drohenden Blutbad. Auch die EU prüft ja schon länger die Einführung von Schutzzöllen auf chinesische Elektroautos. Durch den überraschend deutlichen Schritt der USA steigt jetzt natürlich der Handlungsdruck auf die EU nochmal deutlich an. Denn die chinesischen Hersteller werden vermutlich Teile ihres bisherigen US-Geschäfts auf andere Märkte verlagern, zum Beispiel Europa. Die Meinung unter den europäischen Herstellern teilt sich im Wesentlichen in zwei Lager. Unternehmen wie Renault und auch Stellantis mit den Marken Opel Peugeot, Citroën, Fiat sprechen sich für Schutzzölle aus. Das sind also eher Unternehmen, die auf kleinere Fahrzeuge mit vergleichsweise günstigen Preisen setzen. Und hier ist die Gefahr besonders hoch, dass preissensible Käufer zur mutmaßlich billigeren Konkurrenz aus China greifen. Auf der anderen Seite gibt es die Premium-Hersteller wie BMW, Mercedes, Audi und Porsche. Diese Hersteller vertrauen auf ihr Image und die Markentreue ihrer Kunden und fürchten sich offenbar weniger vor der Konkurrenz aus China. Gleichzeitig ist die Relevanz des chinesischen Absatzmarktes und auch die bestehenden unternehmerischen Verflechtungen der deutschen Unternehmen hoch relevant und sie befürchten Vergeltungsmaßnahmen in China. Mercedes-Chef Ola Kalenius fordert sogar die Senkung der Zölle auf chinesische E-Autos. Eine stärkere Konkurrenz aus China würde den europäischen Autobauern langfristig helfen, bessere Autos zu produzieren. Diese Sichtweise hängt aber vermutlich auch damit zusammen, dass der chinesische Hersteller Geely sowie der staatlich kontrollierte Konzern SAIC die größten Aktionäre von Mercedes sind und rund ein Fünftel der Anteile halten. Auf politischer Ebene setzt sich der Streit fort. Frankreich ist für Strafzölle, Deutschland dagegen. Über eine mögliche Reaktion der EU schreibt diese Woche Christoph Schwarzer auf Elektrif. Nach seiner Recherche ist eine Reaktion der EU bereits im Juni zu erwarten. Er vermutet eine Erhöhung des Zolls von 10 auf 25 oder 30 Prozent. Die Höhe dieses Zolls würde in etwa das ausgleichen, was chinesische Hersteller durch unfaire Praktiken an Wettbewerbsvorteil hätten. Betroffen wären natürlich nicht nur chinesische Hersteller, sondern auch Modelle wie der Dacia Spring, das Tesla Model 3 oder Volvo EX30. Viele Importeure hätten sich aber schon länger auf solche Zölle eingestellt. Aus meiner Sicht ist zumindest bei den Listenpreisen bei BYD und Co. keine Erhöhung zu erwarten. Fürs Tesla Model 3 würde ich mich da aber nicht festlegen wollen. Auch aus Verbrauchersicht stellt sich natürlich die Frage, wie man zu möglichen Zollen steht. Sollte die EU Schutzmaßnahmen ergreifen? Ja oder nein? Schreib uns deine Meinung doch gerne in die Kommentare. Kia EV6 Facelift. Als R-König hatten wir das Auto ja schon mehrfach auf deutschen Straßen. Jetzt gab es in Korea erste offizielle Infos zur Modellpflege des Kia EV6. Was zuerst auffällt, ist natürlich das neue Frontdesign. Auch das Felgendesign ist neu. Das GT-Modell kommt mit einem durchgehenden Leuchtband an der Front. Der neue 84 Kilowattstunden Akku sorgt für etwas mehr Reichweite, wobei die Ladezeit unverändert bei 18 Minuten bleibt. Auch an Karosserie, Federung und Fahrkomfort wurde gearbeitet und es wurden zusätzliche Seiten-Airbags für die zweite Sitzreihe hinzugefügt. Besonders spannend, Over-the-Air-Updates, die bisher nur für das Navi möglich waren, werden auf verschiedene Steuergeräte des Fahrzeugs erweitert. Kabelloses Android Auto und Apple CarPlay gehören jetzt zum Serienumfang. Außerdem gibt es ein neues Head-Up-Display und ein Fingerabdruck-Authentifizierungssystem. Die Lenkrad-Präsenzerkennung erfolgt über kapazitive Sensoren. Marktstart ist in Korea. Dort wurde auch eine spezielle Verkaufsförderung unter der Überschrift 000 gestartet. Darin enthalten sind auch Restwertgarantien beim Rückkauf gebrauchter EV6. Neue Peugeot-Garantie. E-Autokauf ist ja bekanntlich Vertrauenssache. Viele Kunden suchen Sicherheit gegenüber der neuen Technik im Leasing, aber natürlich sollte die Herstellergarantie bestenfalls auch die komplette Leasingdauer abdecken. Für Kunden, die ihre Autos lieber kaufen, ist das Thema Garantie natürlich noch wichtiger. So sind Kia und Hyundai traditionell mit langen Garantiedauern im Markt. Auch viele neue Marken setzen auf diese Strategie, um Kunden für ihre E-Autos zu gewinnen. So zum Beispiel mit MG mit sieben Jahren Garantie bis 150.000 Kilometer. Bei BYD sind es sechs Jahre und auch 150.000 Kilometer. Auch Cupra hatte ja im Dezember die Einführung einer 5-Jahres-Garantie vermeldet. Ein Cupra Born ist damit herstellerseitig besser abgesichert als das Schwestermodell VW ID.3. Hier zeigte sich bereits ein Trend zur Differenzierung verschiedener Produkte der gleichen Konzernplattform über inkludierte Garantieleistungen. Diesen Schritt geht man jetzt auch bei Stellantis mit der deutlichen Erweiterung der bisherigen 2-Jahres-Garantie für die E-Autos der Marke Peugeot. In der Pressemeldung heißt es, Peugeot Allure Care bis zu 8 Jahre Sorglosprogramm jetzt für die gesamte elektrische Produktpalette. Der kritische Zuschauer bleibt in dieser Zeile natürlich sofort bei den Worten bis zu hängen. Die Antwort finden wir auf der Peugeot Homepage. Die kostenfreie Peugeot Allure Care gilt für die wichtigsten Teile ihres Fahrzeuges und wird nach jeder regelmäßigen Wartung des Fahrzeuges aktiviert, wie im Garantie- und Serviceheft des Fahrzeuges angegeben ist und bei einem autorisierten Peugeot Partner durchgeführt wird. Es handelt sich also um ein optionales Zusatzangebot zur Herstellergarantie, das an die Einhaltung der Wartungsintervalle und an die Wartung bei einem Peugeot Partner gebunden ist. Das Wartungsintervall der Elektromodelle ist mit 2 Jahren bzw. 25.000 Kilometern angegeben, was zuerst eintritt. Abgesichert sind unter anderem Baugruppen wie der Elektromotor, ganz wichtig das Ladegerät, das Getriebe sowie die wichtigsten elektrischen und mechanischen Komponenten. Eine Mobilitätsgarantie ist nicht enthalten und das Kilometerlimit liegt bei 160.000 Kilometern. Ausgeschlossen sind unter anderem Fahrzeuge zur gewerblichen Personenbeförderung, Fahrschulen oder Händlerfahrzeuge. Ob das Programm auch für bereits zugelassene Fahrzeuge gilt, war der Meldung nicht zweifelsfrei zu entnehmen. In den Bedingungen heißt es dazu allgemein, gültig für die jeweils neuste Modellgeneration der Fahrzeuge Peugeot E 208 2008, 308, 308 SW 3008 und E 5008. Auf Nachfrage bestätigte mir die Pressestelle aber, dass nur Neufahrzeuge gemeint sind. Das komplette Kleingedruckte haben wir euch nochmal in der Infobox mit verlinkt. Tesla-Standard verliert vor Gericht. Diese Woche hat Rechtsanwalt Christoph Lindner bekannt, weil er oft Tesla-Kunden gegen Tesla vertritt, ein aktuelles Gerichtsurteil auf seinem Blog veröffentlicht, das er selbst als wegweisend bezeichnet. Wegweisend auch deshalb, weil es aus meiner Sicht auch grundsätzlich die Rechte von Neuwagenkäufern betrifft und deshalb auch für die Kunden anderer Marken interessant sein könnte. Tesla wurde vor dem Landgericht Regensburg verklagt, ein mangelhaftes Model X-Platt zurückzunehmen und einen Neuwagen zu liefern. Das Urteil ist deswegen wegweisend, weil sich der Kunde nicht mehr mit mittelmäßig erfolgreichen Nachbesserungsversuchen abfinden muss, sondern Tesla, wie Lindner schreibt, trotz heftiger Gegenwehr verklagt wurde, zweifelsfrei einen Neuwagen zu liefern. Laut Gericht erfüllte das 127.000 Euro Auto nicht einmal die Anforderungen, die an ein Durchschnittsfahrzeug gestellt werden dürfen. Laut Anwalt Lindner ist das Urteil auch an einem weiteren Punkt von grundsätzlicher Bedeutung. Bei offensichtlichen Qualitätsmängeln wird Tesla in Zukunft nur noch schwerlich behaupten können, diese seien ganz normal und gehörten zum Tesla-Standard. Zusammenfassend also zwei Punkte. Mutmaßlich serienmäßige Defizite wurden vor Gericht nicht als Stand der Technik akzeptiert und trotz mehrfacher Nachbesserungsversuche mit Werkstatt offenhalten von insgesamt zweieinhalb Monaten sprach das Gericht dem Kunden das Recht auf Ersatzlieferung eines Neuwagens zu. Aber das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Wir gehen davon aus, dass Tesla schon aus grundsätzlichen Erwägungen dieses Urteil wohl so nicht hinnehmen wird und vermutlich eine Berufung anstrebt. ADAC-Pannenstatistik Der ADAC hat seine Pannenstatistik für 2023 veröffentlicht und natürlich geht es auch um E-Autos. Insgesamt 30.009 Mal ist der ADAC zu liegen gebliebenen E-Autos ausgerückt. Antriebsunabhängig waren es über dreieinhalb Millionen Pannenhilfen. Sowohl für Verbrenner als auch für E-Auto war mit 44,1 Prozent der Fälle die Starterbatterie die häufigste Ursache. Auf Platz zwei der Ursachen sind mit 22,8 Prozent Motorprobleme. Zum zweiten Mal überhaupt war der ADAC statistisch in der Lage die Pannenstatistik von Verbrennern und E-Autos zu vergleichen. Insgesamt wurden 2023 156 Modelle von 20 Marken einbezogen, die ein Fahrzeugalter von mindestens drei bis maximal zehn Jahren hatten. Außerdem müssen die Modelle zur Berücksichtigung in zwei Jahren mindestens 7.000 Zulassung vorweisen. Zu den besonders zuverlässigen Modellen 2023 gehörten unter anderem in der Mittelklasse VW ID.3 mit 0,9 Pannen pro 1.000 Fahrzeugen. In der Mittelklasse liegt der Skoda Enyaq, Tesla Model 3 und der VW ID.4 besonders gut. Bei den Kleinwagen waren es beim BMW i3 0,4 Pannen pro 1.000 Fahrzeuge, zum Vergleich Renault Zoe 2,4 pro 1.000. In der Statistik wird kein einziges E-Modell mit einer durchschnittlichen oder hohen Pannenhäufigkeit bewertet, also alle besser. Im direkten Vergleich zeigt sich auch, dass junge E-Autos weniger Pannen haben als Verbrenner, also gleich alte Verbrenner. Da die E-Autos im Schnitt jünger sind als Verbrenner im gesamten Referenzzeitraum, hat der ADAC zum direkten Vergleich nur an einzelne Jahrgänge herangezogen. Im Zulassungsjahrgang 2020 waren es 7,6 Pannen auf 1.000 bei E-Autos, bei Verbrennern 9,5 Pannen. Dieser Vorsprung wird bei den erst 2021 zugelassenen Fahrzeugen noch deutlich ausgebaut. Dort sind es nur 2,8 Pannen bei E-Autos und 6,4 pro 1.000 Verbrenner. Schauen wir noch auf die Pannenkennziffer für betroffene Baugruppen. Hier zeigt sich nochmal die Problemzone Starterbatterie, wobei Probleme bei E-Autos in diesem Bereich nach meiner Einschätzung in vielen Fällen mangelhafte Software der Hersteller bei der Überwachung des 12-Volt-Systems sind. Denn eigentlich ist ja meistens genug Strom da, damit die große Batterie die kleine Batterie auch im Stand nachladen kann. Im 2021er-Jahrgang stehen hier die E-Autos noch ganz gut da, aber schon im dritten Jahr, also der 2020er-Jahrgang, kippt das Bild und die Defekte steigen sprunghaft an. R-Königsschau. Wir starten mit einer sehr spannenden Einsendung von Sebastian. Er hat am Hamburger Hafen mal über den Zaun fotografiert und uns Bilder dieser beiden Autos gesendet. Sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei um Fahrzeuge des Modells Avatar 1 II. Die Marke Avatar entspringt einer Kooperation aus Shang-An und Nio unter Beteiligung von Kettle und Huawei, also eigentlich eine perfekte Teamaufstellung, um fortschrittliche E-Autos zu bauen. Das Auto wurde zwar bereits auf der IAA in München gezeigt und so, wie es aussieht, will man das Modell bald auch in Europa anbieten. Weiter geht's mit einer Einsendung von Christian. Das Auto ist ein Nio EC6, der bisher in Deutschland noch nicht angeboten wird, noch dazu ein Fahrzeug der ersten Generation. Wer von euch bei diesem Foto zuerst an eine andere Marke gedacht hat, darf es gerne mal in die Kommentare schreiben. Geladen wurde bei Aral Palz über Schademo Adapter. Erste Ergebnisse unserer großen Umfrage. In der letzten Sendung hatten wir gemeinsam mit Uscale unseren Aufruf zur Teilnahme an einer großen Umfrage zum Deutschland-Trend Elektromobilität aufgerufen. Heute wollen wir erste Ergebnisse zeigen. Die Reichweiten der Autos steigen, aber auch die Erwartungen der Kunden in dieser Frage. Nach der realen Sommerreichweite gefragt, gibt es unterhalb der 500 Kilometer Schwelle sinkende Zustimmung. Das Thema Aufladen ist leider immer noch kein Selbstläufer. Nach Problemen beim Aufladen in den letzten 12 Monaten gefragt, ist die Nutzerzahl sogar ansteigend auf den vorläufigen Wert von 75%. Uscale geht in der Auswertung von einer sinkenden Toleranzschwelle aus, denn die Frage ist ja, was als Problem angesprochen wird. Konnte ich gar nicht laden oder musste ich nur in Anführungsstrichen die Hotline des Betreibers anrufen, um mir Hilfe zu holen? Die Erwartungshaltung ist zu Recht, Stecker rein und los geht's. Und wenn ich schon Karte oder App für den Start des Ladevorgangs benötige, sollte es doch eigentlich egal sein, ob ich erst freischalte und dann reinstecke oder andersrum. Bei den Handlungsbedarfen ergibt sich ein gemischtes Bild. Gefragt wurden die Nutzer danach, in welchen Punkten sich der eigene Hersteller noch verbessern muss. Die Reichweite ist offenbar zunehmend zufriedenstellend. Bei Verbrauch und Ladeleistung steigen die Ansprüche schneller, als die Autos besser werden. Die Routenplanung hat sich im Marktdurchschnitt verbessert, wobei es immer noch viele Hersteller gibt, die beim Thema Einbindung von Ladestationen in die Navigation völlig blank sind. Softwarequalität ist und bleibt ein Thema, wobei es bei der Connect-App offenbar Fortschritte im Markt gibt. Erfreulich ist, dass die Bereitschaft zur Weiterempfehlung nach aktuellem Stand zumindest leicht ansteigt. Wir sprechen ja hier auf dem Kanal oft auch Themen an, bei denen es nicht so gut läuft und lesen dann gerne mal in den Kommentaren sowas wie, ich bin durch mit Elektro, mein nächster wird wieder ein Diesel. Zumindest in der Tendenz zeigt sich aber vorläufig ein positiver Trend. Wichtig, die eben gezeigten Daten sind alle nur vorläufig, da die Umfrage weiterhin geöffnet ist. Ihr könnt also gerne noch mitmachen, wobei bei einigen Fahrzeugmodellen die maximale Teilnehmerzahl bereits erreicht wurde, der entsprechende Hinweis erscheint aber schon nach den ersten Klicks. Gesucht werden aktuell besonders noch Besitzer der Modelle BMW i5, i7 und iX, VW ID.7, Kia iV9 sowie alle Modelle der Marken Genesis und BYD. Ebenfalls noch ausbaufähig sind die Stichproben der Marken Ford, Dacia, Mini, Nissan, Citroën, Mercedes, Porsche, Audi und Volvo. Aber auch wer noch kein eigenes E-Auto besitzt, aber sich aktuell nach einem E-Auto umschaut oder schon im Kaufprozess ist, kann mitmachen und bekommt dementsprechend andere Fragen. Die Umfrage dauert ca. 15 Minuten, den Link findet ihr unter dem Video in der Infobox oder angepinnt als ersten Kommentar. Je mehr Leute mitmachen, umso aussagekräftiger sind die Ergebnisse. Also gerne einmal durchklicken und dann nächste Woche wieder einschalten. Dienstag gibt's das Auto mit dem wohl kleinsten Wendekreis im Fahrtest und Donnerstag ein neues Kia-Modell, das ich mir angeschaut habe mit überraschenden technischen Daten. Also gerne wieder einschalten. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.